ja johle der herzlich willkommen einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch das ist die ansprache im jahre 2016 ich weiß ich habe mich lange nicht gemeldet das ist aber auch jetzt egal ich habe auf jeden fall sehr schlimme schwierigkeiten und das ist auf jeden fall jetzt vorbei worüber ich jetzt hier in diesem kleinen video reden möchte ist was silvester 2015 16 denn im jahre 2015 das kann man so sagen jetzt hat die bvg also die berliner verkehrsgesellschaft ich lebe ja in berlin wie es einige mitgekriegt haben eventuell und da gibt es halt die berliner verkehrsgesellschaft die bvg hat einen spot rausgebracht den zeige ich jetzt gleich kurz und zwar geht es darin dass die bvg uns liebt aber uns ist es egal am ende sagt man und die sagen was der bvg egal ist und was nicht mach mal beat ist mir egal egal ist mir egal egal Montagmorgen ist mir egal Monastiket ist mir egal keine ticket ist nicht egal ist nicht egal egal Mann mit Bauch ist mir egal Musik laut ist mir egal und mit High ist mir egal ist mir egal egal Mann mach Umzug ist mir egal Mann auf Pferd ist mir egal Mann auf Mann ist mir egal ist mir egal egal Sitte Rippt ist mir egal Sitte Rippt ist mir egal Oma mit Gruftt ist mir egal Bart an Ladies ist mir egal ist mir egal egal Keine Kleingeld ist mir egal Keine Trinkgeld ist mir egal Gar keine Geld ist nicht egal ist nicht egal egal Zwiebel schneiden ist mir egal Zwiebel schneiden ist mir egal Käse reiben ist mir egal Roboter mit Senf ist mir egal ist mir egal egal So schmeck schall das ist kall Keine Wahl Stevens Regal ist mir egal egal ist mir egal Mann mit Rommel ist mir egal Frau mit Kartoffel ist mir egal Kind mit Bommel ist mir egal Ist mir egal ist mir egal Egal das ist stark Mann und Somba toll die Back Das ist Plagiat Junge macht Spagat Ist mir egal egal Ist mir egal Egal ist mir egal Egal ist mir egal Könnt ihr machen Ist mir egal Solche Sachen sind uns egal Wir euch lieben Ist euch egal Ist euch egal Egal Bisse�� Und dann gab es ein Video auf YouTube wo ich echt schockiert war was in Wester 2015 passiert ist o Wirkmal war ich nicht im Lande aber das ist echt heftig ich muss ich sagen und dieses Video reflects jetzt ein Musik So Ihr habt das Video gesehen Und ich finde das ist was Das ist schon übertrieben wieder Man soll Silvester genießen Ist klar Man soll Spaß haben Man soll böllern Ich war selber nicht besser Ich habe mit Polnböller umgeböllert Ist ja klar Wer einmal im Genuss von so einem Dummbum Oder von so einem LaBomba war Dem reicht denn keine D-Böller mehr Der braucht sowas Der braucht Sprengstoff Aber diese Szene mit dem Bus Das ist echt hart gewesen Also allgemein wie die da abgegangen sind Das ist schon nicht mehr feierlich gewesen Also Naja Das ist so mein Statement gewesen Und ja ich wünsche euch noch einen guten Rutsch Und wir sehen uns wieder auf YouTube Also haltet euch gut fest Und habt ein gutes Jahr 2016 Macht es gut Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal